Filmt der jetzt schon? Wie lustig! Und lächeln! Tschüss! Geile Kamera! Gerätemusik! Untertitelung im Auftrag des ZDF-Kanales Wir leben heute in einer Zeit, wo ziemlich viele auf der Strecke liegen bleiben, überfallen und ausgeraubt, wo viele um ihre Ersparnisse umfallen, wo viele um ihren Arbeitsplatz umfallen, wo Familien in Bedrängnis geraten, wo es wirtschaftlich mit sehr vielen bergab geht und manche einfach nicht mehr wissen, wie sie überleben sollen. Wir leben in einer Zeit, in der man manchmal den Eindruck hat, es rennt jeder am anderen vorbei und lässt ihn irgendwo liegen und schert sich nichts um ihn und schaut nur, dass er selber irgendwie durchkommt. Genau die Situation aus dieser Geschichte, aus dem Evangelium. Genau die Geschichte, wo dann auch noch erzählt wird, dass ein Priester und ein Vertreter der Amtsklasse an dem Rechten sind mehrere Eimer mit Wasser hergerichtet. Ich putze euch nicht eure Maschinen. Ich suche eigentlich schon seit langem jemanden, der meine putzt. Aber ich werde nicht mit Wasser haben. Ich würde es also um und kämpfe nächstes Jahr gesund wieder. Danke. Vielen Dank. Was will ich kommen? Ich weiß nicht, wie es geht. Scheiß-Attis. 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 Jemand hat einen Fisch? Hat einen Fisch? Gefiescht! Kommt der Gaucho-Jana. Schön hier, 69. Schau mal, die Ducati, die wollten die kaufen gerade. Du hast jetzt ein Navi hier? Sie wollten deine Ducati gerade kaufen. Das ist mit dem Navi die pinke Stelle. Deine Ducati wollten sie kaufen. Das sind ziemlich viel Geld. Du brauchst jetzt mal. Schau mal, meine Jacke bei dir rein. Okay. Kommt sofort. Die Ducati brauchen einen Fisch. Die Ducati ist in der Mitte. Die Ducati ist in der Mitte. Die Ducati kann man nicht mehr sein. Die Ducati machen ganz gut. Die Ducati ist in der Mitte. Die Ducati ist in der Mitte. Die Ducati geht auf die Ducati. Und wie war der Tag heute so? Sollst du mal ne Kippe ziehen? Ne Kippe ziehen, jawoll. Oh ja, richtig geil. Jawoll, sehr schön. Wadetag? Wadetag? Gut. Sehr schön. Sehr schön. Gerste Sahne. Und schön aufgegessen? Ja, schön aufgegessen. Triple Woppa gegessen? Triple Woppa? Jawoll, das kriegt es. Mhm, mhm, mhm. Nee. Nee. Nee, die Gurgeln zumal. Ja, wohl. Faffe nach. Bin ich nämlich lange bei der Abend. Und ich schaue, wo kommt alles bei Utele? Einen haben sie vergeigt. Ja. Alle drei Gurken auf einer Stelle. Ja. Nicht mit Liebe gemacht. Ja. 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 Ja, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020